Schon mal Musik mit zwei Kochlöffeln gemacht? Nein? Dann schnapp dir gleich aus der Küche deine zwei schönsten Löffel und schon kann's losgehen. Hallo, ich bin Gudrun und elementare Musikpädagogin und meine Mission ist es, mehr Musik wieder in deinen Familienalltag bringen zu dürfen. Holzmännchen, stopp! Die haben sich ein paar Kunststücke ausgedacht. Schau mal, sie können sich drehen. Holzmännchen, stopp! Ui, sie wollen gleich ein neues Kunststück machen. Den Holzmännchen-Raketenstart. Viele kleine Holzmännchen fliegen hin und her. Vielen kleinen Holzmännchen gefällt das immer sehr. Und die Holzmännchen landen am Kopf und sie spielen gleich weiter. La 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 la